Ich mach mal ne neue MG mal ein bisschen krasser. Warte mal. Ne, dann will ich alle verkaufen. Moment. So. Sell. Quit. Sell. So. So. Und jetzt back by... Ich hoffe nämlich jetzt für den Granaten-Bärfer-Munition. In der Hoffnung, dass die stark gegen das Vieh ist. Hm. Sollte aber eigentlich ganz gut sein, glaube ich. Ich nehme einfach mal dreimal Explosive. So, bin ich zwar jetzt relativ arm, aber... Organize. 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 So. So. Sieht ja fast aus wie ein Triforce. Ja, so ein bisschen. Ready. Oh, nächster Versuch. Das ist aber auch wirklich der schwierigste Boss. Muss man dazu sagen. Obwohl die Teile hier... Kannst du umstoßen. Warum läufst du trotzdem weiter, obwohl hier eine Sequenz ist? Ja. Aber dieser ist viel mehr beruflich. So. So. So nämlich. Und jetzt oben auf die Teile. Oben auf die Teile. Das sind die Wichtigen. Die tun nämlich wirklich schön weh. Genau das Gleiche machen wir hier hinten jetzt nochmal. Nur dafür musst du erst mal hier hinten hinlocken. Komm schon, Schluss. Also wir sind jetzt schon weiter als vorher übrigens. Also... Weil ich das jetzt auch erst gesehen habe, wie das funktioniert. Wir müssen ihn hier erst wieder drauflocken. Komm her. Komm her. Komm her. Warte, ist gleich da. Ist gleich da. Und... Ja, das war jetzt blöd mit deinem Granatenwerfer. War das nicht so gut? Scheiße, warte. Oh, jetzt bräuchten wir den Flammenwerfer gerade. Oh, oh, der kommt bei mir da raus. Was ist hier vorne? So, der Flammenwerfer. Perfekt. Ich hole mir den. Ich muss nur jetzt echt auf mein Leben immer aufpassen. Oh, fuck. So, wo ist er? Ich mocke hier gerade die Gasflasche ober. So, jetzt gleich. Hat er nämlich fast gar keine Würmer mehr. Weil wir die ganzen gelben Sachen kaputt gemacht haben. Und der besteht jetzt nur aus den schwarzen Viechern. Okay. Immer drauf da. Immer drauf da. Der rastet hier gerade hart aus. So, ich muss jetzt den Flammenwerfer wieder auffüllen. Der sieht ja fast so aus wie einer von den Ghostbusters. Mit dem Tank auf dem Rücken. So, und das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, bis der dann fertig ist, ne? Warum dauert das jetzt länger? Weil er gerade schon bei Punkt 4 war und jetzt fangen wir von Punkt 1 an. Ach du Scheiße. Ja. Also, schön ein bisschen hinhalten auf die gelben Dinger zielen. So verliert er nämlich nur HP. Anders geht's los. Weil du irgendwann irgendwo noch so ein Gas-Ding siehst, dann sag nur. Weil nur drauf schießen bringt er ja nichts. Ach der ist schon wieder fertig. Ach, das ging ja. Das ging ja doch. Das ging doch von auch so wunderbar. Oh, fuck. Nein, nein, renn, 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 renn. Wie hast du Angst? 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 Kein Problem. Der Mann mit dem Flammenwerfer ist da. Handel mir. Frisst das! Ja, kaum so viel kann der noch gar nicht mehr haben, Mensch. So, ich hab meine letzten 10 Granaten jetzt. Warte, wo kommt der raus? Da kommt der raus. Kriegt er sofort was ins Gesicht. Ich bringe meine Granaten da einfach und ich wieder rausfeuer jetzt. Ich glaube schon, dass die was bringen. Was mach ich denn hier? Oh fuck, das war scheiße von mir. Aber ich hab jetzt zumindest eine Granate. Sag mal, hyperventiliert der da gerade oder was passiert da mit dem? Ich hyperventiliere gleich, ey. Alter Schwede. Oh fuck, ich renn, 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 ich renn. So, es geht grad schön wieder nach vorne. Punkt 3. Okay, der kommt hier irgendwo raus. Scheiß, der kommt hier direkt vor uns raus. Oh fuck, ich renn, ich renn, ich renn, ich renn. Die schnapp werden so viel weg. Ich schnapp werden so viel weg. Ich renn, ich renn, ich renn, ich renn. Okay. Uh. Halleluja. So, wo kommt er jetzt raus? Hier hinten kommt er raus Oh, komm schon Siehst du da oben die Teile? Da musst du drauf schießen mit deinem Gewehr Genau Weiter so, weiter so, weiter so, sehr schön Und du siehst ja schon, dass die gerade ein bisschen verfault aussahen Also so viel hat er nicht mehr, der ist gleich weg Oh oh So Dort einmal wieder in Reserve Vorsicht, der kommt von Ich geh mal hier lang Scheiße, ich hätt nicht mal bei dir heilen sollen, egal Ich muss dir gerade die Abo aufnehmen Ja, gar kein Problem Die war jetzt erstmal wichtig Er ist sowieso gleich voll Er soll Ich bin da So Ich komm mit Weiter geht das Warte, wo kommt er, wo kommt er Hier hin Beim Schlammwerfer Ja, komm mal Ja, komm mal Eigentlich wollte ich gerade aus, weil ich mir auch nie gut Okay, okay, komm her Danke sehr Alter Danke mir die Pferze Du musst halt noch schön auf den drauf schießen, weil der Flammenwerfer allein das bringt nicht so viel Warte, ich muss noch mal nachladen Warte, ich muss noch mal nachladen Er kommt ja da mit dir hier Hehehe, toll, aber ich bin gerade vorbei So, ich muss mal eben kurz vorbei Komm mal eben kurz zu mir Ja Zack Das braucht sie nämlich gerade mal Okay, ich hab, nee, ist er voll schon Guck mal, der hat ihm noch einen Arm Jetzt hat er da nichts mehr So, im Moment ist er frei Ich aber jetzt bräuchten wir gerade den Raketenwerfer Äh, Raketenflamm Ich komm raus So, wir haben's gleich Wir haben den gleich Er ist es Du, halt schon mal deine Waffe bereit Ich setze ihm jetzt so zu, dass er gleich wieder die Verteilung auf den Kopf kommt Oh nie Schön auf die hellen Teile schießen Warte, ich muss nachladen Ich hab jetzt noch mal eine Pristole Fuck, keine Chance gehabt Steh auf Ich hab auch nix zur Heilung, ich hab auch nix zur Heilung gerade Okay, ich sollt' mir weggehen Geh noch weg, geh noch weg, geh noch weg, geh noch weg Renn, Mac Naja Eigentlich liegen in solchen Bosskämpfen auch irgendwo immer Erste-Hilfe-Sprays rum oder sowas Ja, ich hab mich noch keine Einzige gefunden Was hier denn? Ich hab ne Brandgranate Das ist doch genial Ja, hab ich auch schon eine aufgesammelt vorn Momentchen Friss die Oh, jetzt haben wir fast wieder ready Ich renne mit, ich renne mit, ich renne mit Soll ich einmal umdrehen So Er verbischt nicht mal, das ist ja glaub ich Wo kommt er? Ja Ja, links Na Ich geh mal ausweicheln, dann sag ich nur Command Komm schon, der hat nicht mehr so viel Hier hinten, hinten Siehste, der will jetzt nämlich schon abhauen Der hat mehr Angst vor uns als wir Ich hab jetzt noch meine Sniper im Übrigen So, und ich muss mal eben ein kurzes Ding reloaden Ja, und ich muss jetzt mal eine Position finden, weil ich hab nur noch Sniper Weil ich hab hier oben Shotgun-Shells, aber die brauche ich nicht Öh, Shotgun, das ist sehr gut Die liegt hier vorne, hier vorne bei dem Steg Ach gut, hm Ich komme Wo genau liegt die hier? Bei dem Steg, am Ende von dem Steg, hier ist eine Brandgranate gewesen Die Brandgranate wirft doch gleich mal auf ihn Ja, warte Hier ist ein Erste-Hilfe-Spray So, komm mal her So Zack Sind wir erstmal wieder geheilt Ähm Du setzt den mal wieder so richtig schön zu Am besten müsst die hellen Äh Ja Dass die hellen Dinger alle weg sind irgendwie Weil dann kann ich erst wirklich ansetzen Mit Stryper kommt man da nicht so weit, ey Scheiße Ich versuche auch immer schön drauf zu ballern, aber mit der Sniper Lange Bosskämpfe sind lang Auf jeden Fall Oh fuck, 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 ist er wisch mich jetzt, ist er wisch mich jetzt Mach mich doch nicht, doch nicht Das Ding ist die Arme Momentchen Ich lege den Flammenwerfer mal kurz hier hin Weil die Arme, die müssen, die müssen angeschossen werden, sonst Ich gebe dann bloß meinen Flammenwerfer und ich hau hier ab Ja Der rennt erstmal durch mich durch Ja, ist super, mein Flammenwerfer ist leer Ja, und ich hab nur Sniper Das war noch echt viel Schuss, aber Hint, äh, der ist bei dir, oder? Hier, hier vorn an der Ecke ist ein bisschen Shotgun Shells Ach da, ich hab's jetzt auch gesehen Da muss ich jetzt nur noch irgendwie hin kommen Und der Flammenwerfer ist ready Ich mach ihm aber vorher eben hier die Sachen kaputt Wie steuert man den sonst? Äh, rechts klicken und dann einfach drücken, äh, schießen mit ihm drücken Also du kriegst das auch, nimm den einfach mal Genau Jetzt warte erst, bis ich den ein bisschen zusätze da Ja Ah, eben kurz wieder ohne So, und jetzt geh auf ihn Noch ein bisschen näher ran Schön nah ran Na komm Guck mal, der hat ja nix mehr an der Wirten Ja, den haben wir auch gleich, komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Ich glaube, der ist leer Das gibt es doch nicht Wir haben den aber bald, komm Ja, ja Das Ding ist nur, wir brauchen auch Munition Und vielleicht auch Leben gleich Oh Gott, und der hat wieder seine gelben Dinger am Arm da Okay, Flammenwerfer Ja, nimm den schon mal Ich hab dich Aber geh noch nicht auf ihn Weil ich muss erst wieder seine Sachen da entfernen Könnt ein bisschen länger dauern, weil ich jetzt so eine Person hab, aber Ja, was macht der da denn jetzt wieder Ja, mein Freund Er fragt mich, das ist gut Mhm So, eine Seite hab ich Wo geht er hin? Ach, hier geht er hin Komm schon Hab ihn! So, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da Wo ist er hin? Da vorne kommt er Da vorne Das muss doch gleich gewesen sein, Mensch Alter Schwede, haben wir irgendwann verpasst, was man hier noch machen kann Ja Das war schon mal eins seiner Teile Das war's, muss ich zurückkriegen Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall eins seiner Teile Oder wenn wir das vorher auch schon gemacht haben, ich hab jetzt nicht so drauf geachtet Ein so'n Teil ist jetzt auf jeden Fall schon mal ab Und wir haben ein kleines Problem Denn ich bin von der Muni her wirklich komplett leer, ich hab gar nichts mehr Ich hab noch 38 Ja, dann lass mich mal, mir mal gleich wieder einen Flammenwerfer Ich kann aber mit der Sniper nicht viel reißen, das ist es halt Oh Mit der kann man halt einfach nicht viel reißen, das ist das Problem Mhm Das stimmt schon So, Flammenwerfer ready Sonst halt den einfach drauf, ist scheißegal Ja, das bringt nicht so viel, weil die gelben Dinge halt erst wirklich weg sein müssen Oh fuck Dass hier auch nirgendwo neue Muni kommt Naja tierisch Aber er hat gleich alle Gläser hier kaputt gemacht, ich weiß nicht ob das irgendwas zu bedeuten hat Ja, durch die Gläser kriegt er noch ein bisschen mehr dieser Viecher wieder zurück Aber jetzt sind sie ja alle kaputt Ja Ja Ich hab einen Und hab ich auch grade getroffen, glaub ich, aber Halleluja Da will er mir wieder eine geben Heute nicht mein Freund Alter, ich bin infiziert und gleich tot Okay Du siehst meinen Lebensbalken Ja Gut Mal nachladen Wo ist er, wo ist er, wo ist er Komm mal eben kurz, kann man das auch alleine benutzen? Ne Toll, das rote Kraut Oh oh Kann man natürlich nicht alleine benutzen Geh weg, geh weg, geh weg Fuck Ich weiß vor allem nicht, wo du die gerade rote Kraut ziehst, aber Ne, ich hab rote Kraut Achso Wenn der Sniper reicht man echt nichts, ey, das ist so scheiße Ja, äh, der ist leer, obwohl wir ihn jetzt am besten gebrauchen können Super Boah, das kann doch nicht wahr sein, oder? Anscheinend schon Ich hab gar keine Munition, das ist schon nicht Ich hab auch, ich hab auch nur noch 21 Schutze, das ist jetzt auch nicht so viel Weil mir der Sniper reicht sich ja wie gesagt, äh, wenig bis nichts Sonst, hier ist auch nix mehr Da gibt nirgends wo was rum Okay Hier hin Ja So Einen hab ich, einen hab ich Das ist sehr schön, komm den anderen kriegst du auch noch Dann warten wir nämlich eben noch ein bisschen, bis du den noch angeschossen hast Aber es ist halt sauschwer, den zu treffen, ne? Hm Ich geb mein Bestes Ja! Perfekt! So So, wo geht der jetzt hin? Hier in der Mitte, perfekt Sehr schön Komm her mein Süßer So, komm Das ist fast ne ganze Ladung, die jetzt so auf ihn drauf geht Ich muss ihm doch jetzt mal ein bisschen Schmerzen Warte mal, warte mal, dein Armarmus kriegt's ab Ja Jetzt hat er drei Sekunden auf den Arm gekriegt